Aaaaaah! 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 Überzeihung! Ist das die Billy-York-Informantenschießerei? Keine Ahnung, bin gerade erst angekommen. Warten Sie eine Sekunde. Hey, Larry! Larry! Ist das die Billy-York-Informantenschießerei? Keine Ahnung, versuch's mal der dritten Etage! Danke. Verschwinden Sie! Das ist ein FBI-Fall. Also gut, schafft ihn raus. Ist das der Billy-York-Informant? Hier scheint er gar nichts zu wissen. Das ist Becker 403. Hey, du! Nicht so hurtig. So ist es besser. Nein, ich übernehme das. Also gut, Becker, aufmachen! Polizei! Wir haben jetzt deine Methode ausprobiert. Jetzt versuchen wir's mit meiner. Wer ist da? Der Zimmerservice! Oh! Ich weiß nichts, ich habe nichts gesehen und ich sage auch nichts. Nichts. Das Wort heißt nichts und nicht nischts. Da ist kein Ü und kein Sch, das heißt nichts. Na gut, okay! Nichts! Nichts! Niiiiiiiichts! Okay, jetzt zufrieden! Schon besser. Aber das war's nicht, was du York gesagt hast. Ich kenne keine York nicht. Und wo ist mein Essen? Wir haben's gegessen. Und bitte keine doppelte Verneinung. Entschuldigen Sie, ich kenne keine eine York! Du kennst also keine York. Die hier beweisen, dass du lügst. Achso! York! Ihr wart hier verabredet, als sie gestorben ist. Warum? Weil ich hier wohne. Ja, aber warum du? Weil die anderen nur Zahnbürsten als Kaution hinterlegen wollten. Also was weißt du über den Mikrofilm? Äh, naja, das ist so ein ziemlich kleines, winziges Ding und wird in vielen Bond-Filmen benutzt. Ja gut, ja gut, ich hab ein bisschen Geld für eure bescheuerten Ex-Army-Psychotypen gewaschen. Gib mir einen Namen. Hätten das deine Eltern nicht machen sollen? Für wen arbeitest du Bäcker? Ich bin kein Bäcker und wenn ich sage, bringen die mich bestimmt um. Komm mit, mein Junge, dann gibt's keine mehr, die dich umbringen können. Ja gut, aber eins musst du kapieren. Die Sache ist bedeutend, sie ist bedeutender als Watergate, sie ist bedeutender als Michael Jackson. Ich meine bedeutend, es gibt nichts, was ihr da machen könnt. Sie sind zu stark, sie sind zu mächtig und sie sind viel zu... Je ne sais quoi! Wir könnten dich beschützen! Die Comédie! Fini! Ich schätze, der hat zum letzten Mal am Bullen vertraut. Sagt's mir einfach so, ist das jetzt der große Abgang? Komm, sei ehrlich zu mir, wie schlimm ist das? Nicht weiter wild, du wirst es hinkriegen. Im Handumdrehen wirst du wieder auf den Beinen.